So Leute, wir liegen jetzt im Bett. Und das ist jetzt Teil 3. Unterfurz die ganze Zeit. Paul ist das nicht? So, wir sind jetzt frühstücken. Ja. Und wir gehen gleich wandern. Joli! 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 Musik 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 Ich habe Jesu nicht auf ... Ja! Ja! Look where we go! Hi, Daddy! Also, look where we go! That's a good idea of... ...the rest are playing... ...and then go outside. O.K. I really like it! Oh, I really like it! I was playing... ...and then hit me... ...and then hit me... ...he was like a nice trip. Ja, das war's. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Paul, schill doch mal. Ich hab Durst. Einfach nur. Okay. Nee, nur normal. Nicht so gut. Ich sag's so, ja? Ja. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Und das war jetzt, ähm. Das Ende vom Harztrip. Wir fahren heute abends wieder zurück. Dann gehen wir noch essen. Ähm. Ähm. Ja. Dann sag ich tschüss. und verabschiede mich auf jeden fall zum kanal von anton der hatte noch nie einen kanal eigentlich aber jetzt machen wir ihm ein und der heißt antons live ich blätter es noch mal hier ein und schaut da gerne vorbei er macht auch er wird super videos machen was er mir schon für ideen erzählt hat das wird cool